Hey, das hier ist der Selbstverwirklichungs-Business-Podcast, die Pilotfolge. Ich bin Matthias Schwemm, Selbstbewusstseins-Trainer seit über 24 Jahren und wahrscheinlich muss ich in diesem Podcast das ein oder andere Mal weinen, weil ich total ergriffen bin. Und mir ist klar, diese Null-Episode jetzt, diese Pilot-Episode, die kann ich nur genau hier und jetzt drehen, weil ich total ergriffen bin. Was ergreift mich so? Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt endlich, endlich, endlich meine Kernberufung gefunden habe und dir in der Folge dazu verhelfen kann, deine Kernberufung zu finden. Ja, ich bin Matthias Schwemm, war Selbstbewusstseins-Trainer seit 24 Jahren, habe den Begriff Selbstverwirklichungs-Business schon vor einigen Jahren entwickelt und auch das Konzept dazu. Und damit du so eine Idee bekommst, was da für dich drinsteckt, fange ich vor allem an, halt es aber ganz kurz, denn hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um dich. Genauer gesagt, hier geht es um die Welt, denn die Welt braucht dich, die Welt braucht mich. Und das ist der Grund, warum du das jetzt hörst oder gar siehst. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt sage, beziehungsweise warum ich das erlebe oder warum das sozusagen durch mich ja eingespielt wird in die Welt. Das, was ich jetzt hier zum Besten gebe, ist nicht geskriptet oder irgendwas. Ja, mit 15 Jahren war ich total verzweifelt, weil ich sehr unter meiner Unsicherheit gelitten habe. Ich habe damals beschlossen, das ergreifte ich gerade, total, ich werde alles dafür tun, was es braucht, um selbstbewusst zu werden. Dafür habe ich 17 Jahre gebraucht, habe nichts unversucht gelassen und habe das Stärken meines Selbstbewusstseins sogar zum Hauptberuf gemacht. Es gibt das Paradigma, was eine der allergrößten Lügen oder psychischen Körperverletzungen darstellt, in einem gewissen Sinn. Stelle dich deine Angst und deine Angst verschwindet oder stelle dich deine Unsicherheit und deine Unsicherheit verschwindet. Und wie gesagt, das ist eine der allergrößten Lügen. Das ist ja vollkommen fatal. Das kann die Angst verstärken und das stellt eine Art von psychischer Körperverletzung wahr. Damals ging ich aber noch davon aus, dass dieses Paradigma gilt. Und weil ich selbstbewusst werden wollte, weil mir irgendwie klar war, ich kann mein Leben nur erleben, wenn ich selbstbewusst bin, habe ich mir eben die Frage gestellt, nicht nur, wo ist meine Angst, sondern wo ist meine größte Angst, die ich überwinden will. Und meine größten Ängste waren, vor Menschen zu reden und waren vor allem mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ganz speziell damals, ja, ich rede im Kern im Moment von meiner Zeit als 15-, 16-Jähriger, ich hatte eine, sorry für den Begriff, aber so war es, ich hatte eine scheiß Angst, ein Mädel anzusprechen, das mir gefallen hat. Frauen anzusprechen, die mir nicht gefallen haben oder ältere Menschen anzusprechen, das war mir zwar schwer gefallen, aber ging. Aber je besser mir ein Mädel gefallen hat, desto weniger habe ich mich in der Lage gefühlt, dieses Mädel anzusprechen. Und wenn überhaupt, dann habe ich innerlich wochen- oder monatelang Anlauf genommen und war dann sozusagen so voller, ja, was auch immer, dass ich dann letzten Endes, wenn ich tatsächlich mal mir den Mut gefasst habe, dieses Mädel anzusprechen, ja, dann ist sowas aus mir herausgebrochen, wie so eine Art kurzer Vulkanausbruch, ich habe irgendwas hingestottert. Dieses Mädel wusste überhaupt gar nicht, wie ihm geschah. Während ich das so hingestottert habe, habe ich mich sowas von unterirdisch negativ gefühlt, dass ich mich auf dem Absatz praktisch umgedreht habe, habe Kehrt-Wend gemacht. Ja, dieses Mädel wusste nicht, wie ihm geschah. Und mir war klar, diesem Mädel darf ich für den Rest meines Lebens nicht mehr unter die Augen kommen. Das war meine Welt damals. Und ich habe Bücher gelesen zum Thema Selbstbewusstsein stärken und so weiter. Und wie gesagt, es geht hier um Selbstverwirklichung, um dein Selbstverwirklichungs-Business. Insbesondere auch dann, wenn du im Moment vielleicht noch angestellt bist, wenn du im Moment vielleicht sogar verbeamtet bist, auch dann, wenn du im Moment vielleicht, ja, Klammer auf, noch, Klammer zu, krank bist, auch dann, wenn du im Moment vielleicht noch gar nicht erwachsen bist, auch dann, wenn du überschuldet bist und überhaupt gar kein Land siehst, auch dann, wenn du unter einer sogenannten Angsterkrankung oder unter einer sogenannten, ja, sonstigen psychischen Erkrankung leidest. Das, was dir hier in der Folge entstehen kann, das kann dein Leben stärker bereichern als alle Reichtümer auf dieser Welt. Mit 15 war mir klar, ich will Selbstbewusstsein werden. Und ja, in der Schule lernt man, Lernen geschieht aus Büchern oder vom Lehrer. Selbstbewusstseinslehrer, Selbstbewusstseinstrainer gab es damals noch nicht, also habe ich mir ein Buch gesucht über Selbstbewusstsein stärken. Das hat mich begeistert, hat mir aber lebenspraktisch nichts gebracht, aber ich war motiviert. Ich habe mir ein zweites Buch gekauft, das hat gesagt, nein, nein, es geht nicht so, sondern es geht so. Okay. Ich war irritiert, aber immer noch motiviert. Ich habe mir ein drittes Buch gekauft, das hat gesagt, alles Quatsch, wenn überhaupt, dann geht's so. Ja, und allmählich war ich immer frustrierter. Aber meine Hoffnung, meine Motivation blieben im Wesentlichen erhalten und so habe ich zum Glück, zum Glück, zum Glück weitergesucht. Ja, irgendwann bin ich auf Audios umgestiegen und wir reden im Moment über die Vor-Internet-Seite. Und ich weiß noch, ich bin damals in die Buchhandlung vor Ort gegangen und habe die Verkäuferin gefragt, ob sie eine Audiokassette damals zum Thema Motivation hätten. Und sie sah mich ganz entgeistert an, so nach dem Motto, Motivation, wer braucht denn sowas? Und sie sagte dann auch sinngemäß, sie glaubt nicht, dass es sowas gibt, hatte dann aber im Katalog geschaut, hat was gefunden, hat mir den Preis genannt, ich habe es bestellt und ich weiß nicht mehr, ob das was getaugt hat oder nicht. Meine Erfahrung war von 10, 15, 20 Audiobüchern, also sprich Audiokassetten, die ich mir damals gekauft hatte, für relativ viel Geld und ich war damals dann noch Schüler oder Student, hatte eben nicht viel Geld. Ja, eins davon hat was getaugt und das war es mir eben wert, dass ich 10, 15, 20 gekauft und angehört habe, um dieses eine zu finden. Weil mein Entschluss, damals der stand felsenfest fest, ich will selbstbewusst werden. So, die nächsten 17 Jahre, die kürze ich jetzt drastisch ab. Also ich habe 17 Jahre meines Lebens drauf verwendet, Selbstbewusstsein zu werden. Ein paar Jahre nach meinem, oh und habe es dann geschafft. So, ein paar Jahre nach meinem 15. Lebensjahr, da ist neben meiner Angst, ich könnte es mit dem Selbstbewusstsein irgendwie nicht schaffen, beziehungsweise neben dem Frust, der aus der Unsicherheit resultiert ist, ist eine neue Angst aufgepoppt, die war noch stärker. Ja, das war gewissermaßen die größte Angst in meinem Leben und die kam gewissermaßen auch aus dem Nichts heraus. Das war nämlich die Angst, ich könnte an meinem Leben vorbeileben. Und diese Angst hat dann meine Unsicherheit bei weitem dominiert. Und diese Angst, die hat mich immens angetrieben. Zunächst, ja, mit 15, 16 Jahren, da schien mein Lebensweg sehr klar vorgegeben zu sein. Mit 15 wusste ich, dass ich entweder Informatik studiere, promoviere und damit Doktor der Naturwissenschaften werde. Und mein inneres Bild damals war, ja, dann habe ich meinen weißen Doktorkittel an und dann sitze ich in einem Büro an meinem Computer, an der Tür steht Doktor Matthias Schwemm und jeder, der zu mir kommen will, der muss anklopfen. Das war mein inneres Bild. Und damit habe ich mich gut gefühlt. Das war Variante A. Variante B war, ja, von klein auf habe ich mich zu Fröschen, zu Amphibien hingezogen gefühlt. Mein Vater, als ich noch ein kleiner Junge war, der hatte so einen kleinen Fischteich im Garten. Später hatten wir dann zusammen, als ich so 10, 11 war, zusammen einen größeren Gartenteich angelegt. Und den durfte ich dann in den Folgejahren alleine erweitern. Und wenn ich nach der Schule nach Hause kam, dann habe ich oft eine halbe Stunde, eine Stunde an diesem Gartenteich verbracht. Habe da dann auch zum Beispiel einheilige Sumpf-Orchideen angesiedelt und so weiter, erfolgreich angesiedelt. Habe es geschafft, dass Fröscher mir Regenwürmer, die ich gesucht hatte, aus der Hand gefressen haben und so weiter. Und in der Rückschau würde ich sagen, dieser Gartenteich, der hat mir damals geholfen, tief in mich zu gehen. Ich bin im Grunde genommen in eine tiefe Selbsthypnose gegangen, während ich eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde, eine Stunde einfach, ja, dumm, entspannt, tiefenentspannt, in den Gartenteich geschaut habe. Und im Nachgang ist mir bewusst geworden, da war ich bei mir, da war ich zentriert, konzentriert, tiefenentspannt, da habe ich meine Akkus wieder aufgeladen. Und zwar die Akkus wieder aufgeladen, die mir im Kern die Schule entladen hat. Ich habe das Lernen immer geliebt, habe aber irgendwie ganz früh gemerkt, dass für mich Lernen in der Schule nicht wirklich geht. Ich habe dann in der Schule eben versucht, so gut es ging, aufzupassen. Aufgrund von meiner Unsicherheit habe ich mich oft nicht getraut, mich zu melden. Insofern hatte ich schlechte mündliche Noten. Habe ab der 11. Klasse zu Hause gelernt, wie ein Stier, ein Jahr lang. Und habe damals insbesondere wahrgenommen, wenn man so tut, als wüsste man alles, dann wird man nicht mehr aufgerufen. Und weil ich mir in der 11. Klasse zu Recht angemessenermaßen den Ruf erworben habe, dass ich super viel lerne, konnte ich es in der 12. und 13. Klasse ausklingen lassen, wo ich nicht mehr viel gelernt hatte. Und habe trotzdem ein relativ gutes Abi geschafft. Damals, mit ungefähr 18 Jahren, war mir nämlich klar, das Einzige, was mich wirklich begeistern kann, das Einzige, wohin mein Weg nur führen kann, ist in die Selbstständigkeit. Und das habe ich dadurch herausgefunden, dass ich mit 18 Jahren, während ich noch in der Schule war, während ich mein Abi gemacht habe, zum ersten Mal Gewerbe angemeldet hatte. Und zwar im Verkaufsaußendienst. Verkaufsaußendienst deshalb, weil ich ein paar Bücher gelesen habe, in denen die Autoren aus ihrem eigenen Erleben heraus sinngemäß berichtet haben, in dem Maß, wie man auf fremde Menschen zugeht, indem man ihnen zum Beispiel was verkauft, wächst das eigene Selbstbewusstsein, wächst die Persönlichkeit, wird man erfolgreicher. Und das hat mich total ergriffen, das hat mich total überzeugt. Diese Idee, ja, die habe ich gewissermaßen sofort mit Begeisterung gekauft. Und falls du dich zurückerinnerst an deine Zeit, wo du damals so um die 18 warst, vielleicht kennst du das noch, vielleicht war es bei dir aber auch anders. Jedenfalls bei mir damals war es so, plötzlich sind überall die super Geschäftsideen aufgepoppt. Network, Marketing und Co. In meinem Fall ging es um Finanzdienstleistungen, im Kern um eine Lebensversicherung, die jungen Erwachsenen schmackhaft gemacht wurde. Und so die Idee, also Lebensversicherung als solches hatte mich mit 18 nicht interessiert. Aber die Idee, über den Verkaufsaußendienst darüber fremde Menschen anzusprechen, selbstboster zu werden und hier ein Vermögen, zu verdienen, das wurde einem damals in Aussicht gestellt, ja, das schien mir sehr attraktiv zu sein. Und so habe ich eben, während ich weiterhin an meinem Abi gebaut habe, aber in Gedanken mehrfach dabei war, die Schule einfach zu schmeißen, ja, weil ich ja dabei war, in Anführungszeichen als selbstständiger Karriere zu machen, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie der Satz weitergehen soll, wie auch immer. Ja, und oder aber, zum Glück habe ich nach wenigen Monaten gemerkt, dass die ganzen Produktversprechungen, ja, wie toll dieses spezielle Lebensversicherungsprodukt sei, ich habe dann gemerkt, also, weil ich mich informiert habe, weil ich eben zum Glück niemals an diese Behauptungen geglaubt habe, sondern weil ich selbst Recherche betrieben habe und weil ich auf das gehört habe, was mir meine potenziellen Kunden gesagt haben, dann habe ich herausgefunden, ja, dieses spezielle Lebensversicherungsprodukt, dieses spezielle Finanzdienstleistungsprodukt, ja, das war bestenfalls Mittelklasse. Und als ich gemerkt habe, dass dieses Produkt bei weitem nicht das hält, was davor über dieses Produkt behauptet wurde, habe ich dann nach ein paar Monaten mein erstes Gewerbe wieder abgemeldet, ungefähr mit einer schwarzen Null. Also, ich habe etliche Kilometer in meinem Auto im Außendienst damals verfahren, habe das eine oder andere Finanzdienstleistungsprodukt und auch eine allererste private Krankenversicherung verkauft, ja, habe mit einer schwarzen Null und entspannt mein Gewerbe abgemeldet, weil ich sozusagen froh war, dass das rum war und ich habe aber diese Außendiensttätigkeit als 18-Jähriger als sehr wertvoll erlebt. Insofern werde es dich vielleicht nicht verwundern, als ich dann ungefähr zwei Jahre später von jemand anderem angesprochen wurde, von wegen nebenher Geld zu verdienen. Damals habe ich dann studiert Informatik und es ging um Bausparverträge. Und Bausparverträge klangen für mich irgendwie besser als Lebensversicherung und so habe ich mich dann neben dem Studium wieder selbstständig gemacht und habe gemerkt, das liegt mir besser. Wobei ich inzwischen habe ja eben auch zwei, drei Jahre gereift und habe auf meine Weise mein Selbstbewusstsein weiter gestärkt, weiter trainiert und habe dann relativ gute Resultate erzielt. Und nachdem ich ein Jahr selbstständig war, nebenher, und nachdem ich in der Hauptsache etwas über drei Jahre Informatik studiert hatte und die aller, aller schwerste Prüfung, die es damals gab, nämlich theoretische Informatik, mit der damals über zwei Drittel der Informatikstudenten aus dem Studium herausgeprüft wurden, nachdem ich diese schwerste Prüfung bestanden hatte, wo mir klar war, ich könnte Diplom-Informatiker werden, war für mich gewissermaßen, wie soll ich denn sagen, der Punkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Mir war damals klar, wie gesagt, ich könnte Informatiker werden und ich habe eben die Vorzüge der Selbstständigkeit kennengelernt und habe gemerkt, wie theoretisch faszinierend und anstrengend die Informatik ist zum einen und wie freiheitsversprechend und wie persönlichkeitsstärkend das andere ist. Und ich hatte eine große Angst, vielleicht falsch entschieden zu haben, aber nach sieben Semestern Informatikstudium habe ich dann mich exmatrikuliert und habe mich dann im Hauptberuf, im Finanzdienstleistungsaußendienstverkauf selbstständig gemacht und zwar nicht mit dem Hauptziel zu verkaufen, sondern mit dem Hauptziel, selbstbewusster zu werden. Das war mein Hauptziel. Und da war es dann so, nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, okay, nur Bausparverträge, das ist irgendwie langweilig. Glücklicherweise war ich aber eher bei einer guten Bausparkasse als freier Handelsvertreter gelandet. Ja, und dann habe ich andere Finanzdienstleistungsprodukte dazugenommen, nach einem halben Jahr wieder andere und so weiter. Und mein Ziel damals war für meine Klienten das Allerbeste. Und wir reden immer noch über die Vorinternetzeit. Ich war dann schließlich Versicherungsmakler. Ich war dann irgendwann einer der ersten Baufinanzierungshonorarberater im deutschen Sprachraum. Ich war dann auch Immobilienmakler und so weiter. Also ungefähr im Halbjahrestakt habe ich die Sparte gewechselt. Und nach ungefähr sechs Jahren in der hauptberuflichen Selbstständigkeit habe ich Bilanz gezogen. Weil ich wollte sozusagen herausfinden, wo ich stehe. Und irgendwie habe ich gespürt, irgendwas stimmt da nicht. Ich konnte es aber nicht fassen. Und weil ich so viele Bücher gelesen habe, unter anderem zum Thema Zielsetzung, und ich in diesen Büchern unter anderem gelesen habe, man soll seine Ziele schriftlich fixieren, habe ich das zum Glück von Anfang an gemacht. Sodass ich dann nach den ersten sechs Jahren meiner Selbstständigkeit diese schriftlich fixierten Ziele nebeneinander legen konnte. Die habe ich dann in meinem Büro auf den Tisch gelegt. Und ich habe da drauf geschaut, Jahresziele meines ersten Jahres an Selbstständigkeit im Wesentlichen nicht erreicht, dafür ganz was anderes getan. Ja, zwei meiner Selbstständigkeit sinngemäß dasselbe Ziele, wo ich dachte, was? Das sind Ziele, die ich mir gesetzt habe. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber es war meine Handschrift, es war mein Briefpapier, es war mein Büro, es waren meine Ziele. Ganz was anderes gemacht. Und teilweise sehr viel mehr Geld verdient, als geplant. Was mich nicht glücklich gemacht hat, teilweise extrem viel weniger Geld verdient, als irgendwie geplant, was mich nicht unglücklich gemacht hat. Und das hat mich irritiert. Weil das, was ich in den zurückliegenden fünf, sechs Jahren in meiner hauptberuflichen Selbstständigkeit gemacht habe, war im Kern immer ganz was anderes, als das, was ich mir vorgenommen hatte. und ich habe das so auf mich wirken lassen und auf einmal habe ich gemerkt, wie es mir regelrecht den Boden unter den Füßen wegzieht. Und in dem Moment, es war wie zweigeteilt. Einerseits habe ich mich als Matthias erlebt, der, der ich damals war, und andererseits hatte ich den Eindruck, ich betrachte mich gerade wie in so einem Film, wo einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und genau so habe ich mich gefühlt. Und zwar dadurch, dass mir bewusst geworden ist, dass ich offenbar überhaupt gar keine Idee habe, was ich will. Und das war das allertiefste Tief meines Lebens. Ich hatte das Gefühl, die Erde steht still. Es war plötzlich in mir eine Leere. Es war irgendwie gar nichts mehr da. Mein damaliges Büro, das war so ungefähr drei Kilometer von dem Haus entfernt, wo ich mit meiner ersten Frau und mit meinen damaligen drei kleinen Kindern zusammen gewohnt hatte. und an diesem Tag nachmittags oder abends ging ich nach Hause und habe mir meine damalige Frau angeschaut und dachte, okay, das ist meine Frau. Ja, meine Kinder waren da. Okay, das sind meine Kinder. Und es hat sich irgendwie total fremd angefühlt, total fern. Und in dem Moment damals habe ich dann plötzlich verstanden, wie es sein kann, dass Menschen auf die Idee kommen, sich ihr Leben nehmen zu wollen. Ich war nicht suizidgefährdet. Ich habe es nur plötzlich verstanden. Es gab in mir immer so eine Art ganz, ganz tief verwurzelte Zuversicht, ganz gleich, was mir begegnet war. Ob Insolvenz, ob Fremdgehen der Ehefrau, ob gerichtlich verbotener Umgang mit den Kindern aufgrund einer eidesstattlichen Lüge, der Gegenseite und, und, und. Im Kern gab es zum Glück mir immer so eine Art Urvertrauen. Ja, ich war, wie gesagt, seit ein paar Jahren selbstständig. Ich hatte mein eigenes Büro, hatte damals nach meiner Erinnerung meiner Sekretärin offenbar schon gekündigt, sodass ich mein großes Büro, was ja eigentlich viel zu groß war, für mich alleine hatte. Und ich hatte am nächsten Tag das Gefühl, ich muss, ich will jetzt in mein Büro nicht, um zu arbeiten. Ich war damals nicht in der Lage zu arbeiten. Also ich war, bin immer nur in der Lage zu arbeiten, wenn ich arbeiten will. So, und wenn ich nicht arbeiten wollte, weil ich gemerkt habe, es scheint mir irgendwie sinnlos, zwecklos in dem Moment zu sein, dann habe ich das immer sofort fallen lassen. Und so bin ich in mein Büro gegangen, um letzten Endes Zeit, Ruhe und Frieden für mich zu haben. Und, ja, an dem Tag ging innerlich gar nichts. Es war aber auch nicht mein Ziel, dass irgendwas gehen muss. Ich habe nur irgendwie gemerkt, ich muss, ich will ins Büro. Am Tag darauf bin ich wieder ins Büro gegangen, es war ganz ähnlich. Und nach 14 Tagen, da hatte sich dann was verändert. Da hatte ich dann nämlich plötzlich erstmals sozusagen wie eine Art neuen Input, der da gelautet hat, okay, jetzt weiß ich, dass ich nicht weiß, was ich eigentlich will. und jetzt, wo ich mir bewusst darüber bin, dass ich eben nicht weiß, was ich will, wie könnte ich denn herausfinden, was ich wollen könnte. Und das hat den Ausstiegspunkt aus dem bisherigen tiefsten Tief meines Lebens eingeläutert. Und das hat dann in einem gewissen Sinn eine Wachstumsphase, ja, die nicht so ging, sondern die immer wieder so ging, ja, Tieste Ties, nicht mehr Tieste Ties, sondern zwei Tieste Ties, aber höchste Hochs eingeläutet, ja, über Jahrzehnte hinweg. Und in der direkten Folge ist mir Post geworden, ich will Selbstpost Selbstbewusstseinstrainer werden. Das habe ich dann auch begonnen im Januar 1997. Es gab im Wesentlichen das Internet noch nicht. Und Jahre später habe ich herausgefunden, ich war im deutschen Sprachraum tatsächlich der allererste Selbstbewusstseinstrainer. Ich blicke derzeit auf über 24 Jahren hauptberufliche Erfahrung als Selbstbewusstseinstrainer zurück. und geschätzt im Jahr 2010 ist mir der Begriff Selbstverwirklichung immer öfter begegnet. Und zwar aus der Beobachtung heraus, dass Menschen, die ihren Weg vom unsicheren Menschen oder vom Angstgepeinigten Menschen zum selbstbewussten Menschen lange genug intensiv genug gegangen sind, dass es denen dann nicht mehr um im Kern nicht mehr um mehr Selbstbewusstsein geht, in einem gewissen Sinn schon, aber in einem anderen Sinn nicht, sondern darum den nächsten großen Schritt zu gehen, der für die Menschen, die dafür offen sind, Selbstverwirklichung lautet. Und wenn ich von Selbstverwirklichung rede, dann meine ich nicht Selbstverwirklichung auf der Basis von Ellenbogenmentalität, ich meine nicht Selbstverwirklichung auf der Basis von über Leichen gehen, sondern wenn ich von Selbstverwirklichung rede, dann rede ich immer von der systemischen Variante, die sozusagen das große Ganze wahrnimmt und berücksichtigt. Also nach dem Motto, in dem Maß, wie ich was Gutes in die Welt bringe, ist mehr Gutes in der Welt, was dann in einem gewissen Sinn, im positiven Sinn auf mich und auf all meine Menschen zurückfällt. Insofern im Kern, ich rede nicht von einer egoistischen Selbstverwirklichung, sondern von einer Selbstverwirklichung, die alle bereichert. Und mit Bereicherung meine ich nicht notwendigerweise automatisch im materiellen Sinn, sondern unter Bereicherung verstehe ich insbesondere, dass es einem psychisch besser geht und insbesondere auch, dass es einem besser geht, weil es der Natur besser geht, weil man auch was für die Natur tut. Und insofern ist meine Begriffsvergabe von Selbstverwirklichung eine Art holistische, die die Welt einschließt, die die Natur einschließt, die die Tiere einschließt. Nach dem Motto, dass es einem nicht wirklich besser gehen kann, wenn man anderen Schaden zufügt, aber, dass es einem dann besser gehen darf, wenn durch die eigene Tätigkeit des anderen besser geht, auch der Natur oder zumindest der Natur an der Tierwelt es nicht durch eigene Betätigung schlechter geht. Ja, vor einigen Jahren kam mir dann der Begriff Selbstverwirklichungs Business in den Sinn. Aus der Beobachtungstatsache heraus, dass eben viele meiner früheren Klienten, nachdem sie eine gewisse Weile den Weg mit mir gegangen sind, nachdem ich ihnen helfen konnte, ihre inneren Selbstbewusstseins bremsen zu lösen, selbstbewusst dazu werden, herauszufinden, was sie wirklich wollten. Ja, vielen hat irgendwann der Kragen geplatzt, in Bezug auf viel zu eng als Angestellter, viel zu unpassend als Beamter und auch wenn diese Menschen ein paar Jahre davor noch gesagt hätten oder gesagt haben, Sicherheit ist mir ganz wichtig, ich will mich niemals selbstständig machen, weil das ist so voller Risiken, in dem Maß, wie ein Mensch Selbstbewusst geworden ist, wie ein Mensch Selbstbewusst wird, kann ich immer wieder, immer wieder, immer wieder beobachten, irgendwann hat dieser Mensch keine Lust drauf, sich vom Chef anhören zu müssen, ob der Rhein heute bergauf oder bergab fließt, oder auf die Sekretärin warten zu müssen, bis sie sagt, der Chef ist heute gut drauf oder bis die Sekretärin war, der Chef kam knallrot ins Büro, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, und so ist aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung heraus, in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft, ich will Selbstbewusst erwarten und oder mein Leben leben, in dem Maß, wie man Selbstbewusst wird, in dem Maß, wie man immer mehr sein Leben lebt, kommt bei den Menschen, die ich über die Jahrzehnte beobachten konnte, ganz häufig der Punkt, wo sie sagen, jetzt habe ich 0,0 Bock mehr drauf, als Angestellter, als Beamter, mir dieses, das und jenes sagen zu lassen, jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt will ich mich selbstbewusst machen. Und wenn es um Selbstständigkeit, um Existenzgründung geht, da ist es oft so, da greifen fast immer noch die uralten Paradigmen, die noch niemals funktioniert haben, ja, ich schmeiße einfach nur den Begriff Businessplan und Unternehmenskonzept hier in den Raum. und möchte vielleicht kurz dazu anmerken, wenn 10 Menschen nach dem weltbesten Businesskonzept, und es sei dahingestellt, ob es das gibt oder was das sei, wenn 10 Menschen sich nach dem selben weltbesten Businesskonzept selbstständig machen, dann weiß die Statistik ganz genau, 3, 4 davon werden nach relativ kurzer Zeit pleite sein, 4 oder so, die werden überleben können, einem davon geht es gut und einem davon, der wird richtig reich damit, ja, sinngemäß. Und damit ist vom Prinzip her klar, es kann im Kern nicht am Businesskonzept liegen, sonst müssten in diesem Beispiel alle 10 irgendwie gleich erfolgreich sein und das ist aber eben nicht der Fall. Und für mich steht fest, auf der Basis jahrzehntelanger Beobachtung, auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung, in der täglichen Arbeit mit echten Menschen vor Ort, in Kleingruppen Intensivtrainings, teilweise in Kleingruppenausbildungen, die bis zu 3, 4, 5 Jahren dauerten, dass das Fundament von einem jeden Business die eigene Persönlichkeit ist, also wenn man dieses Business selbst begründet, wenn man natürlich eine große Firma kauft, dann gilt das so nicht, davon rede ich aber hier auch überhaupt gar nicht. Und insofern, wenn du ein Mensch bist, der sich in der bisherigen Angestelltenwelt, in der bisherigen Beamtenwelt, in der bisherigen Welt der Selbstständigen oder der Unternehmer nicht wohlgefühlt hat, und wenn du den Eindruck hast, dein letzten Endes von dir für dich maßgeschneidertes Selbstverwirklichungs Business Konzept könnte dich bereichern und im genannten Sinn die gesamte Welt, ja dann bist du hier an der absolut richtigen Stelle. Ich war vorhin mal wieder, ja wir haben das Monat 12 der Corona Krise in Deutschland, in den letzten 12 Monaten bin ich so oft wie noch nie in eine tiefe Selbsthypnose gegangen, einerseits gewissermaßen um bei mir zu sein, andererseits um mein Business eben weiter zu entwickeln, bisher mein Business als Selbstbewusstseins Trainer, Wobei wie gesagt seit Jahren Selbstverwirklichungs Business und so weiter schwirrt mir immer mehr durch den Kopf. Ich habe auch im Verlauf der Jahre schon viele viele Menschen dazu inspiriert sich selbstständig zu machen mit ihrem maßgeschneiderten Selbstverwirklichungs Business habe aber die Dienstleistung Menschen zu ihrem Selbstverwirklichungs Business zu führen noch nie explizit angeboten sondern das war sozusagen das was ich aus voller Begeisterung aus voller Überzeugung meinen Klienten die zum Beispiel ein normales Selbstbewusstseins Training bei mir gebucht hatten denen habe ich das dazu geschenkt und habe dann in der Mittagspause oder abends und die Abende die gingen oft bis morgens um drei oder vier habe mit denen dann maßgeschneiderte Selbstverwirklichungs Business Konzepte entwickelt und 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 einer meiner allerersten Teilnehmer den ich noch in Erinnerung habe ich nenne ihn einfach mal Klaus dem habe ich dann damals gesagt Klaus mein Eindruck ist du wirst in fünf Jahren umsatzmäßig durch die Decke gehen und die ganz kurze Vorgeschichte von Klaus war Klaus war Angestellter hatte niemals vor sich selbstständig zu machen hat dann aber nach und nach heraus gefunden die Selbstständigkeit passt zu ihm hat sich selbstständig gemacht und nach drei Jahren rief mich Klaus an und hat zu mir gesagt Matthias du hast dich getäuscht ich gehe jetzt schon umsatzmäßig durch die Decke wie gesagt ich habe prophezeit nach fünf Jahren wird er umsatzmäßig durch die Decke gehen de facto ist er schon nach drei Jahren umsatzmäßig durch die Decke gegangen und seine Lebensgeschichte in Kurzform ging weiter dass er dann irgendwann gemerkt hat zu seiner Selbstverwirklichung gehört insbesondere auch ein anderes Land dazu auf dieser Erde hat mit seiner Lebensgefährtin die er dann geheiratet hat einige Länder auf dieser Erde besucht die aus der Fülle heraus weil er längst super gut verdient hatte und nachdem er dann auch in dem einen oder anderen Land eine hat er dann nachdem er in dem mutmaßlichen Land seiner Träume ankam dort ein Jahr Probe gewohnt hat gemerkt okay das ist unser Land der Träume hat die Zelte in Deutschland abgerissen ja hat dort ist dort gewachsen auf vielen Ebenen und das war einer meiner ersten Klienten der mich sozusagen rück inspiriert hat was im eigenen Leben alles möglich ist wenn man ja in Anführungszeichen zum Beispiel als normaler Angestellter selbst booster werden will selbst booster wird auf seinen eigenen Ruf hört den Mut hat dem Ruf zu folgen und die Bereitschaft dazu hat und in der Lage dazu ist zum Beispiel jemanden wie mich dann dafür zu bezahlen dass ich demjenigen helfe die inneren Bremsen zu lösen die kaum Menschen auf dieser Welt wirkungsvoll lösen kann und diesem Menschen egolos zu helfen herauszufinden was in diesem Menschen wirklich drinsteckt also sozusagen den im verborgenen wohnenden also im Inneren dieses Menschen verborgen lebenden inneren Riesen zu befreien so das dann sozusagen dieser innere Riese seine volle Wirkungskraft entfalten kann ja die über die Jahrhunderte hinweg die größten Bauwerke auf dieser Erde ermöglicht hat und Dinge die uns einfach nur staunen lassen wo wir uns irgendwie nicht vorstellen können wie war das denn möglich dass ein Mensch ja so viele heute würde man sagen Follower gefunden hat die ihn darin unterstützt haben Dinge in die Welt zu bringen die man davor noch für unmöglich gehalten hatte und dieses Potenzial steckt insbesondere auch in dir drin auch dann wenn du im Moment vielleicht schwankst zwischen Begeisterung und Angst zwischen Hoffnung und Frustration und zwischen Befürchtungen und meinetwegen begeisternden Schweiß ausbrechen was ich dir versprechen kann aus meiner Erfahrung als früher verzweifelt unsicherer Mensch als jemand der 17 Jahre lang kaum etwas unversucht gelassen hat um sein Selbstbewusstsein zu stärken als der Urvater vom Selbstbewusstseinstraining im deutschen Sprachraum als jemand der ich eben seit über 24 Jahren mit tausenden von Menschen von Angesicht zu Angesicht gearbeitet habe also persönlich das heißt nicht von der Bühne herab ich rede jetzt nicht davon wie viele hunderttausende wie viele Millionen Menschen ich mit meinen Videos oder so erreicht hätte sondern ich rede von den Menschen mit denen ich von Angesicht zu Angesicht gearbeitet habe und dadurch dass ich immer mit Menschen von Angesicht zu Angesicht in Kleingruppen Intensiv Trainings gearbeitet habe habe ich eben einen Erfahrungsfundus wie kaum ein anderer Mensch auf diesem Planeten so dass ich eben weiß was wirkt so dass ich bewirken kann so der mein Gegenüber so du offen dafür ist und meine Wahrnehmungsfähigkeit hat sich im Verlauf der Jahrzehnte so geschärft dass ich manchmal schon in der Lage bin im Gespräch in einem ersten Satz Kernbremsen meines Gegenübers heraus schälen zu können und das war eigentlich nicht der Plan es kommt mir aber gerade in den Sinn deshalb spreche ich es auch aus wenn du möchtest dass ich dir helfe im Verlauf von einem maximal 30 minütigen Telefongespräch herauszufinden was bisher deine Kernbremsen waren die dich klein gehalten haben die dich frustriert haben die dich immens viel Geld gekostet haben die dich Freundschaften gekostet haben die dir eine gewisse Tiefe in Liebesbeziehungen verunmöglicht haben ja dann such dich einfach mal durch bei mir zu dem was ich als Durchbruch Session bezeichne wo ich mit dir persönlich und zwar ich mit dir persönlich am Telefon oder per Videocall primär aber per Telefongespräch oder per Internet Audio wo ich dir dann helfe deine Kernbremsen herauszustellen sodass du einfach weißt was dich da bisher gebremst hat und um es vielleicht so abzurunden ich bin als Selbstbewusstseins Trainer gestartet weil ich viele Jahre lang den gängigen Paradigmen folgend glaubte ja man muss sein Selbstbewusstsein trainieren 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 ja sich anstrengen 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 dass man Selbstbewusst wird heute weiß ich das ist ungefähr die falscheste Vorstellung davon wie man selbstbewusst wird wie sie nur falsch sein kann Selbstbewusstsein ist im Kern angeboren und selbstbewusster wird man nicht indem man sich mehr anstrengt selbstbewusster wird man im Kern nicht indem man sein Selbstbewusstsein stärkt sondern selbstbewusster wird man indem man seine inneren Selbstbewusstseins bremsen lösen lässt und das ist das Paradigma das neue Paradigma das ich in die Welt gebracht habe auf der Basis meiner jahrzehntelangen Erfahrungen und sinngemäß entwickelt sich dann in dem Maß wie man innerlich frei ist so dass man sich leben kann so dass man seine volle Energie leben kann so dass man seine volle Körpersprache leben kann so dass man kein Skript mehr braucht ja weil ja ich lebe mein Leben das was ich dir jetzt sage das ist live das ist echt das ist authentisch und wenn ich weine dann weine ich und wenn ich lache dann lache ich und weil ich im sogenannten Primärgefühl bin wirkt das eins zu eins ansteckend und da muss ich mich nicht tage oder wochenlang vorbereiten und würde ich mich tage oder wochenlang vorbereiten wäre ich in einem sogenannten Sekundärgefühl ja ich hätte mich vorbereitet ich hätte was eintrainiert ich hätte was im Extremfall auswendig gelernt und es kommt dann zwar vielleicht akademisch auf den Punkt gebracht computermäßig rüber aber es kommt im Kern nicht wirklich menschlich rüber es kommt im Kern nicht wirklich überzeugend rüber und es kommt nicht von Herz zu Herz ja das soll also die Podcast Episode 0 sein vom Selbstverwirklichung Podcast .de den ich jetzt aus dieser Tiefenhypnose in der ich noch vor einer halben Stunde oder so war geboren habe während ich in dieser Tiefenhypnose war hat es mich geschüttelt habe ich geweint vor Ergriffenheit vor Begeisterung und das ergreift mich auch jetzt wieder und das ist für mich einfach ein Zeichen das ist ja meins das ist etwas in mir was aus mir heraus will und ja das ist sozusagen also theoretisch ist das erstmal Ego aber ja weil ich weiß weil ich viele Jahre lang daran gearbeitet habe andere an mir habe arbeiten lassen die ganzen Selbstschutzmechanismen abzustellen die ganzen Selbstsabotage Mechanismen aufzulösen die ich in mir betrug die ganze Selbstbewusstseins Bremsen aufzulösen ja die ich in mir schon als Jugendlicher hatte und weil ich halt mit Menschen arbeite weil ich weiß und spüre und erlebe was Primärgefühle sind oder eben nicht ja und weil ich meine selbst meinen mein Gefühlsradar über die Jahrzehnte trainiert habe weiß ich eben ich bin im Primärgefühl und weiß ich dass wenn du offen bist ja ich dich gerade eins zu eins anstecke ja das die Pilotepisode zum Selbstverwirklichungspodcast.de und wenn du diesen Podcast hier abonnierst freue ich mich total abonniere diesen Podcast denn Selbstverwirklichungspodcast.de aber bitte nur dann wenn du es mit dir ernst meinst wenn du es dir wert bist du darfst so viel Angst haben wie du willst das spielt nicht die Rolle im Verlauf der Zeit wird Angst Panik und so weiter das wird in Vergessenheit geraten weil in dem Maß wie du deins lebst wächst deins und schrumpft dein das nicht deins Ängste die allermeisten Ängste sind erlernt und in dem Maß wie du deins lebst und dich auf deins konzentrierst was natürlich voraussetzt dass du erstmal herausschälen musst was ist denn überhaupt deins und damit du deins herausschälen kannst müssen diese Selbstbewusstseins Bremsen gelöst werden musst du die Fähigkeiten entwickeln deine Selbstschutzmechanismen herunterfahren zu können brauchst du jemanden wie mich der dir hilft dein Gefühlsradar für dich selbst für andere zu befreien zu entwickeln sodass du eben zutreffend fühlst in welchem Gefühl ist gerade der andere was von dem was du in dir gerade fühlst ist dein Gefühl was von dem was du in deinem Körper gerade fühlst ist meinetwegen die Angst des Chefs ist meinetwegen die Panik der Sekretärin ist meinetwegen der Frust deines Kollegen deiner Kollegin und so weiter ganz ziel und damit komme ich jetzt gleich zum Ende dessen was ein vermeintlich unsicherer Mensch im eigenen Körper fühlt ist nicht die Unsicherheit dieses Menschen sondern ist nur das was dieser unsichere Mensch Schrägstrich was dieser im positivsten Sinne hoch sensible Mensch zutreffend in seinem Körper verspürt und es ist aber nicht so dass weil ich etwas in meinem Körper verspüre das meine Gefühle sind sondern der Körper eines jeden Menschen ist eine Art emotionaler Radar emotionales Radar und ein Teil von dem was ich in meinem Körper spüre das sind meine Gefühle und ein Teil und möglicherweise ein großer Teil dessen was ich in meinem Körper fühle sind die Gefühle der anderen und das hat ja vermutlich noch kein Mensch auf dieser Welt bisher gesagt und das wird dir vermutlich noch eine ganze Weile in dir nachwirken die größte Stärke und dafür habe ich viele Jahre gebraucht bis mir das bewusst wurde eine der größten Stärken unsicherer Menschen ist sie haben ein maximales Einfühlungsvermögen und sie spüren oft stärker was der andere tatsächlich fühlt als der andere und wenn der andere Unsicherheit verspürt und der mit den offenen Antennen du zum Beispiel der vermeintlich Unsichere in sich diese Unsicherheit spürt des anderen dann heißt das nicht dass der vermeintlich unsichere Mensch unsicher ist sondern dass der behauptetermaßen oder auf der Basis der eigenen Selbstüberzeugungen unsichere Mensch gar nicht unsicher ist sondern dass seine Antennen offen sind und dann braucht es einfach sozusagen die Lektionen erlernen zu können ausdifferenzieren zu können was von all dem was ich in meinem Körper spüre sind meine Gefühle und was von dem was ich in meinem Körper spüre sind nicht meine Gefühle das ist eine das ist eine der aller 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 wichtigsten Lektionen die es braucht wenn man sein Leben wirklich leben können möchte und das ist eine Lektion die lehrt dich vermutlich keine Schule auf dieser Welt das ist eine Lektion die kannst du an keiner Universität auf dieser Welt studieren und frag mich nicht wie lange ich gebraucht habe bis ich zum Glück durch passende Trainer Mentoren ja damit in Kontakt gekommen bin und wo ich damals total ungläubig war und dachte wow kann das wirklich so sein und wo ich dann zunächst total begeistert war wie dieser damalige Trainer oder Mentor in der Lage war zutreffend mir zu sagen wie ich mich gerade fühle auf der Basis dessen dass er das in seinem Körper spürte und am Anfang dachte ich also es hat mir Angst gemacht und ich dachte das kann doch gar nicht sein und ein anderer Teil in mir der war total begeistert ja und irgendwann habe ich dann war dann der Zeitpunkt gekommen wo ich gemerkt habe okay jetzt kann ich das ausdifferenzieren und ab dann hatte ich damals entsprechende Ausbildungen begonnen die dann immer länger 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 wurden weil ich immer mehr 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 anbieten konnte und in den letzten Jahren habe ich dann herausgefunden wie ich immer mehr weglassen kann um dadurch eine noch tiefgreifendere Wirkung erzielen zu können so und jetzt komme ich zum Punkt ob du dich unsicher fühlst Angst hast keine Ahnung hast was dein Lebensplan für dich vorseht wenn du selbstbewusster werden möchtest wenn du den Mut hast ausreichend zu dir zu stehen ja dann bist du bei mir an der richtigen Stelle und ganz speziell auch wenn dir die Vorstellung dich selbstständig zu machen vielleicht noch den Angstschweiß auf die Stirn treibt aus der Erfahrung heraus weiß ich ein Mensch der immer freier wird weil die Selbstbewusstseinsbremsen gelöst werden der die Energie die massive Energie die sein eigener Organismus für ihn liefert nutzen kann ausnutzen kann der hat das Gefühl er strengt sich höchstens noch halb so stark an wie früher also das Leben fühlt sich höchstens noch halb so anstrengend an 10, 20 mal so erfolgreich 100 mal erfüllter und dann irgendwann kommt einfach der Punkt da hat man keinen Bock mehr drauf sich sagen zu lassen ob der Rhein heute bergauf oder bergab fließt und dann ja jetzt mittlerweile kannst du mit mir den nächsten und in einem gewissen Sinn den letzten Schritt gehen nämlich dann zu gucken okay speziell über das Internet ja das Internet hat alle Reichtümer dieser Welt wie findet deine Persönlichkeit auf deine dir ureigene Weise ja den Weg ins Internet das Internet das Internet als Quelle ja ich habe dich über das Internet erreicht vermutlich ohne dass ich dich überhaupt kenne und weil du irgendeinen Suchbegriff eingegeben hast jetzt direkt oder vor einer ganzen Weile und so weiter du hast mindestens so eine vage Vorstellung davon wie diese Suchmechanismen im Internet funktionieren ja bekommst du eben gerade jetzt diese Message eingespielt und ohne dass ich jetzt auf die Uhr geschaut habe gefühlt ermaßen erzähle ich seit 30 seit 40 Minuten und du schaust immer noch zu du hörst immer noch zu und das bedeutet das was ich dir jetzt gerade rüberreiche ohne dass ich dich bisher mutmaßlich kennen kann spricht dich an und das Internet schafft Bande aber nur wenn einer eben kommuniziert wie ich es jetzt so und nur und genau dann wenn jemand anderes empfangen möchte wie jetzt eben gerade du und auch wenn du dir das im Moment vielleicht noch überhaupt gar nicht vorstellen kannst die Menschen die dir zuhören wollen die Menschen die dich sehen wollen die Menschen die von dir inspiriert werden wollen die Menschen die von dir motiviert werden wollen die was von dir lernen wollen und so weiter ja die sind genauso in der Welt da draußen sprich im Internet wie im Moment du in Bezug auf mich und weil ich ursprünglich Informatik studiert habe weil ich einer der ersten in meinem Bekanntenkreis mit der E-Mail-Adresse damals war das war damals noch ja spektakulär und es hieß wofür braucht man eine E-Mail-Adresse weil ich einer der ersten in meinem Umfeld war der im Jahr 2000 eine erste Webseite hochgeladen hat und weil ich von all denen im Umfeld die ich kenne der aller allererste war der vom Internet lebt ja seit dem Jahr 2003 lebe ich von den Einnahmen übers Internet weiß ich wie kaum ein anderer ja wie man vom Internet leben kann damit sage ich nicht du musst vom Internet leben können damit sage ich nicht dass dein Selbstverwirklichungsbusiness auf dem Internet fußen muss wie uns aber spätestens Corona gelehrt hat schadet es nicht wenn ein Bein in der Selbstständigkeit im Internet steht ja das andere Bein kann natürlich was weiß ich kann eine Gaststätte können physische Produkte oder was auch immer sein können mehrere Standbeine sein und wenn ein Bein stabil im Internet steht und zwar so stabil dass dich dieses eine Bein und deine Familie deine Leben finanziell versorgt dann kannst du in den anderen Beinen ja voll und ganz aufgehen und dann kann es dir egal sein in einem gewissen Sinn also zumindest im wirtschaftlichen Sinn ob es da gerade einen Shutdown gibt oder nicht ja das dazu insofern ob Unsicherheit ob Angst ob Suchend ja wenn du dir wichtig bist wenn Selbstbewusstsein im positiven Sinn was mit dir macht wenn Selbstverwirklichung in einem sehr umfassenden Sinn in einem rundherum lebensbereichernden Sinn fernab von kaltem Egoismus etwas mit dir macht ja dann abonniere jetzt den selbstbewusst selbstverwirklichungspodcast.de auf selbstverwirklichungspodcast.de du wirst ja von mir erfahren ich werde vielleicht von dir erfahren und in dem maß ja wie ich was in die welt gebe ist nach meiner überzeugung wenn es von herzen kommt etwas mehr in der welt in dem maß wie du von herzen etwas in die welt gibst ist noch etwas mehr in der welt es kommen andere relation das ganze das ganze kann im positiven sinn wachsen und wachsen in einem harmonischen in einem systemischen miteinander mit der natur mit der tierwelt und so weiter und so fort in diesem sinn würde ich mich sehr freuen wenn auch du auf deine ganz persönliche ureigene weise die welt bereicherst ja und wenn ich dir den ein oder anderen impuls dazu geben kann ja dann herzlich willkommen vielleicht bis bald ich bin Matthias Schwem